Steil. Steep. Oh. Ui. Ui. Ui, mate. Noch ein totes Pferd. Gar keine Wurke. Ich bin so ein Pferdemörder, Alter. Das ist das dritte Pferd, was mir stirbt. Und zwei habe ich gestohlen und sie sind weggelaufen. Alter. Aber dem geht es noch gut. Ich lasse ihn hier mal, ne? Der will ein bisschen schlafen. Dem geht es gut. Der schläft nur. Oh, Menschen. Haben die ein Pferd, was ich mir stehlen kann? Lasagne. Die sehen mir aber ehrlich gesagt mehr wie so Banditen oder so aus. Bergblume. Haben die ein Pferd, was man sich stehlen kann vielleicht? Ne, ne? Verstehlen. Und das ist das?